Wir haben diese Woche einen sehr bekannten Abschnitt gelesen, wo Jakob die Himmelsleiter gesehen hat. Er hat sich schlafen gelegt und er hat etwas geträumt. Man kann lange darüber überlegen, warum er diesen Traum hatte, vielleicht weil er unter seinen Kopf einen Stein gelegt hat. Aber lasst uns mal anschauen, in welcher Situation er sich befand. Im letzten Wochenabschnitt haben wir gelesen, dass der Bruder gesagt hat, dass er ihn, also seine, Bruder Jakob, umbringen wird. Und Esau hat das so laut gesagt, dass viele das gehört haben. Und seine Mama Rebekah hat das auch gehört. Und die Leute um ihn herum haben verstanden, Okay, er wird ihn umbringen. Esau wusste gut, wie man ein Wild tötet. Esau war ein starker Mann. Und er hat so eine Sache gesagt. Bald kommen die Trauertage über unseren Vater. Der Vater war noch am Leben. Aber er hat verstanden, seine Tage sind schon wohlbetagt und er wird bald sterben. Und esau meinte, sobald er stirbt, werde ich dich, meinen Bruder, umbringen. Und wir müssen verstehen, in welcher Situation sich Jakob befindet. Und noch ein Moment. Jakob ist zu seinem Vater gegangen. Zu Isaac. Und er hat ihn gesegnet. Und jetzt kommt so ein Moment. Du stehst vor deinem Vater. Und menschlich verstehst du. Solange dein Vater noch lebt, wirst du am Leben bleiben. Jakob, der selber Israel ist, steht vor seinem Vater und versteht, dass solange sein Vater noch lebt, wird er noch leben. Und Isaac hat ihn gesegnet. Und Jakob ist auf den Weg gegangen. Und in unserem Wochenabschnitt hat er sich schlafen gelegt. Und der Herr ist ihm erschienen. Und er bestätigt ihm. Ich werde dich segnen. Ich werde dein Gott sein. Ich werde dir dieses Land geben. Ich werde dein Samen segnen. Und du wirst ein Segen sein für die gesamte Welt. Er bestätigt ihm. Dass nicht nur auf einer menschlichen Ebene wird mit dir alles okay sein. Господь ему sagt, ich bin deine Garantie für dein Leben. Und was sieht er? Er sieht die Leiter, die Himmel und Erde verbindet. Ein Mensch, der diesen Segen gesucht hat. Er hat Gott gesucht. Er hat diese offenen Himmelspforten gesehen. Er hat diese Engel gesehen, die auf- und absteigen. Und er wusste, die Verbindung zwischen Himmel und Erde ist definitiv da. Und der Herr hat ihm bestätigt, mit dir wird alles gut sein. Wir haben gelesen, der Ort, wo er geschlafen hat, er nannte den Ort Be'er Sheva. Und das Be'er Sheva, das war in der Nähe von Jerusalem. Das ist nicht Jerusalem. Entschuldigung, nicht Be'er Sheva, sondern Bethel. Und Bethel befindet sich östlich von Jerusalem. Nordwestlich. Nordwestlich von Jerusalem. Und der Herr hat aber auch gesagt, dass der Ort, wo der Herr sich öffnen wird, das ist Jerusalem und der Tempel. Das war erst die Stiftshütte. Und dann war es später Jerusalem. Jakob war nicht der einzige Mensch auf der Welt, der Gott gesucht hat. Wer hat diese offenen Himmelsporten gesucht? Wir haben heute aus dem Johannes-Evangelium gelesen. Und wir haben aus dem Endteil des ersten Kapitels aus dem Johannes-Evangelium gelesen. Wir haben gelesen, wie die Jünger von Jeschua zu den Leuten geredet haben, wir haben ihn gefunden. Wir haben den Maschirach gefunden. Wir haben den gefunden, über den die Propheten geschrieben haben. Und wir erinnern uns, wie Philippus zu Nathanael gekommen ist. Und er sagt zu ihm, komm. Wir haben ihn gefunden. Und Nathanael sagt, bist du dir sicher? Und Philippus sagt, komm, prüfe es selbst. Und dann passiert ein sehr interessanter Dialog zwischen Nathanael und Jeschua. Und nach der Reaktion von Nathanael verstehen wir, er hat etwas gesucht. Er hat auch die Himmelsforden, die offenen Himmelsforden gesucht. Er hat den Maschirach gesucht. Er hat die Schrift gelesen, die Propheten gelesen und er wollte nicht nur aus Neugier gucken, sondern er hat den Maschirach gesucht. Und als Jeschua zu ihm gesagt hat, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen, und ich habe dich noch früher gesehen, dann in dem Moment antwortet er zu ihm, also du bist der Maschirach, du bist der König Israels. Und das Kapitel endet mit einem sehr interessanten Satz. Und der letzte Vers, also Vers 51, und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Wem werden die Engel dienen? Dem Menschensohn, das ist Jeschua. Er ist hier auf der Welt der Grundstein für die Leiter. Und der Stein, den Jakob gelegt hat und gesagt hat, von hier geht die Leiter zu den Himmelspforten. Dieser Stein, dieser Eckstein, das ist Jeschua. Und das ist nicht einfach nur irgendein Ort. Das ist der lebendige Jeschua, der auch hier ist. der in uns ist. Und diese Engel, sie dienen Jeschua, der in uns ist. Sie dienen uns. Und ich bin sicher, dass der Herr Engel schickt, die uns dienen. Und wenn ihr ihn sucht, dann bin ich sicher, dass er sich euch öffnen wird. Jeden Tag. Und ihr werdet die offenen Himmelspforten sehen. Wenn ihr diese offenen Himmelspforten sucht, aber sie noch nicht gefunden habt, dann kommt zu Jeschua. So wie Nathanael, nimmt die Bibel in die Hand. Und schaut euch mal ganz genau an, wie genau der Maschia aussehen soll. Also das Konzept des Maschias, wie das aussehen soll. Weil es werden Zeiten kommen, wo viele sagen werden, wir haben den Maschia hier oder da gefunden. Dann müsst ihr, und müssen wir aber genau aus der Schrift kennen, wie der Maschia sein wird. Und wir müssen unbedingt prüfen, ist das Jeschua? Wir müssen das sehr genau prüfen, ob das Jeschua ist. Und ich bin mir zu 100% sicher, wenn wir ihn von reinem Herzen suchen werden, dann wird er uns hören. Und unser Gebet zu ihm wird von ihm bestätigt und wird von ihm beantwortet werden. Er wird sich uns öffnen. Egal in welcher Situation wir gerade sind. In so einer Situation wie Jakob, wo das eigene Leben in Gefahr ist, oder weil wir einfach nur den Herrn suchen, weil wir die Gemeinschaft brauchen. Weil die eigene Seele die Gemeinschaft mit Gott sucht. Er wird sich uns öffnen. Und bis zu dem Punkt, wo der Vater Israels immer noch am Leben ist, bis zu dem Punkt, wo der Messias Israels lebt und hier ist, wird Israel existieren. Und wir, Gläubige an Jeschua, haben das ewige Leben. Amen. 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 Vielen Dank.